Hallo YouTube! Schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Allhebsterländer 2021 Türchen Nummer 7 In unserem Fall ist es aber ein Tütchen Ein Tütchen, genau. So sieht es aus. Ja, wir bauen immer noch am Porsche Diesel Junior 108 So sieht es aus. So Gestern war der Nikolaus da. Ja, er wollte Gestern war der Nikolaus da. Und? Warst du denn ein Liebeskind? Hat er dir aber auch was gebracht? Ja. Oder war Knecht Ubrecht da? Nein. Nein? Dann ist ja gut. So, ja, wolltest du flitzen? Du hast aber bestimmt wieder einen halben Tag geguckt, wo die 7 ist, oder? Ja. Ja? Hast du wieder geguckt? Ja. Ja? Ernsthaft? Ja. Dann bin ich mal gespannt. Komm. Dann flitzen wir wie ein Düsenjet. Ja. Jetzt muss man mal gucken. Er sagt, er war lieb. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. So, dann machen wir das da unten schon mal an. Wieder. Wieder oben. So. Ich bin wieder schnell. Moi. Ich sag ja. Der guckt immer einen halben Tag, wo das ist, das Tütchen. Und dann... Das war ein bisschen lass am Rüst. So. Na ja, ging schon was schneller, ne? So, wo haben wir denn die 7? Ich sieben. Stehen. Ne, wo steht die 7? Doch, hier vorne. Hier vorne. Ja, aber guck mal, damit man das auch schön sieht, machen wir das mal auseinander. Da? Da, 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 da. Da, 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 da. Da ist sie. Die 7. Warte, sag noch mal. Ich hab nicht so hittig gesehen. Papa hat diesen Finger drauf. Da. Da. Ja, Mann. Oh. So. Ja, krabbel mich mal im Kopf gleich gut. Mach mal weiter. ich schlafe gleich nicht? okay dann nicht Tütchen haben wir Bauanleitung haben wir auch die rote 7 müssen wir jetzt suchen ich werde schwer und jetzt kommt es zu einer folgenschweren Entscheidung meine Damen und Herren wir präsentieren die Adventskalender News nein Spaß wir haben in dem Tütchen laut Bauanleitung jetzt die Möglichkeit uns zu entscheiden ob wir mit Schmutzfänger vorarbeiten oder nicht heißt wir haben ja vorne an den Moment jetzt müssen wir erstmal gucken dass man hier die Tüte aufkriegt die Mama hat wieder so gut zugemacht hier das ist schon wieder der Wahnsinn ja ne den brauchen wir heute glaube ich noch doch den können wir heute auch schon nutzen glaube ich doch ja den können wir heute auch schon nutzen den können wir auch nutzen erst mal muss ich das hier aufkriegen das ist der reinste Wahnsinn wieder das ist hier wirklich der reinste Wahnsinn die Frau die knotet das Ding hier zu das sollte man nie wieder aufkriegen die will gar nicht das wir bauen jetzt guckt euch Moment mal jetzt guckt euch das mal an das ist das Tütchen und das ist die Schere die sie jetzt gerade aus der Küche bringt so jetzt pass mal um und ich hab hier eine du denkst aber zu kompliziert ich denk nicht zu kompliziert das ist einfach mal so Mann so meine Lieben jetzt packen wir das mal aus hier drei Teile müssten hier drin sein ne vier sogar vier 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 eins zwei drei vier und jetzt kann man wechseln also das müssen wir einmal abmachen gleich also wir haben hier ich halte es mal hier in die Kamera ich habe die mal dahingestellt weil da sieht es tatsächlich doch was besser aus das ist einmal mit den Schmutzfängern das Teil dann gibt es das gleiche nochmal jetzt muss ich gucken welches ist das richtige das hier ohne und dann haben wir halt nochmal die Achse vorne die Lenkachse zur Stabilisierung halt und dass man die Lenkachse bewegen kann so könntest du das bitte lassen danke weil da sind ja kleine Teile dran und wir brauchen unsere Reifen Reifen genau so den und dann gucken wir doch mal ob wir das hinkriegen hier das wird ein Spaß wieder so also klar ist auf jeden Fall wir müssen wieder was bauen ja jetzt muss der Papa nur gucken das wäre die Lenkstange die machen wir auf jeden Fall schon mal dran so Nummer 1 das ist jetzt noch ein bisschen knifflig deswegen kann ich euch das so nicht zeigen na und Nummer 2 so da haben wir die Lenkstange das sieht man nicht ok und morgen die Nummer 8 so jetzt aber also hier haben wir jetzt die Räder mit der Lenkstange dran dass man die Räder auch lenken kann jetzt muss muss das Ganze natürlich fokussiert werden noch und ganz ehrlich meine Lieben ich bin am überlegen könntest du bitte sichtbar bleiben so und ich bin halt am überlegen was wir machen der Deutz D30 der steht hier oben über mir auf dem Regal der hat den Defender mit dran ich muss ja ganz ehrlich sagen ich finde es mit Fender viel schöner und Luca soll ich dir was verraten wir gucken jetzt mal welcher ist das das ist der mit dem genau diese beiden Teile so hier knifflig wir jetzt noch was ab und machen das dran und dann lassen wir doch die Zuschauer so da hin und jetzt knipsen so lassen wir die Zuschauer doch entscheiden ob wir es mit oder ohne machen ja Leute so das machen wir gleich jetzt machen wir erstmal hier unsere Arbeit hier der muss auch noch ab so und ab Momente Papa guckt hin Papa guckt hin und so super immer wie das nicht mehr genau kannst du da hinlegen auf meiner Seite das wäre dann Nummer 1 heute geht die Video richtig lange ein bisschen ne heute geht es was kürzer da wie immer die Kollegen unsere Zuschauer doch entscheiden sollen ja oh warte mal oh ich glaube das ist jetzt falsch rum oder ja lass mal im gucken ja kommt davon wenn er wenn man sich das da alles drauf legt will ich was rum was rum was hast du dir dir nur ausgedacht na das frage ich mich manchmal auch was ich mir hier nur ausgedacht hab warum ich so so ne Fummelarbeit mach ne Papa ist auch will ich also ein na was bin ich ein Hase so du bist ein Hase meine Lieben das wäre jetzt Nummer 1 unser Lenkrad so Nummer 1 ist da unsere Gelenkstange für den Schlepper Nummer 1 ist da Nummer 2 Nummer 2 so jetzt ist es ja so wir haben hier noch zwei Teile liegen einmal mit den mit den Fendern für vorne die dann quasi dann hier unten dran kommen ich bin müde ne oder halt ohne Fender das und diese Entscheidung möchten wir euch jetzt überlassen das heißt wir machen jetzt folgendes ihr schreibt mal einfach in die Kommentare rein möchtet ihr das ganze mit mit Fender oder ohne oder ohne Fender haben wenn ihr mit Fender das haben wollt dann schreibt ihr einfach mit rein ja als Kommentar und wenn ihr es ohne haben wollt dann einfach ohne als Kommentar rein ja und wir zählen dann hinterher aus und morgen geht es ja dann weiter weil dann müssen wir es ja auch dran bauen Nummer 8 ähm morgen bauen wir dann mit der 8 weiter und wir verkünden was habt ihr euch gewünscht für vorne so werden wir es machen oder ja finde ich gut und jetzt hast du noch einen Text dann bitte 3 2 1 go tütt ein Daumen nach oben und tütt die Abo Button und tütt die Dorte dann darfst du auch deine viermal passen verpasst pass ja ihr habt es gehört Daumen nach oben Abo Button Glocke drücken und ihr verpasst kein Video mehr so einfach gibt es ja nicht ne ja von daher schön dass ihr dabei wart euer Kolke und Luther tschüss tschau